Okay, einmal gegen Brasilien gespielt. Einmal mit der Dame. Was soll der Blödsinn denn? Wieder mit dem Läufer raus. Den ist man da nicht. Check. Gucken, ob das so gut war. Kinside Kasseling. Kinside Kasseling. Ein geschenkter Bauer. Ein geschenkter Springer. Dankeschön. Check. Check. Qualität gewonnen. Check. 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 Und kommt sie nicht rein. Und aufgegeben. Check. 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 Check.